Die Alles-Dichtmachen-Aktion schlägt weiterhin große Wellen. Da hat's in den letzten Tagen ja viel Kritik gehagelt. Macht euch ganz genau Gedanken, um was dieses Video da geht, was ihr gemacht habt. Es sterben Menschen wegen dieser fucking Krankheit. Außerdem, wir wissen jetzt mehr zu den Hauptinitiatoren der Aktion. Beispielsweise zu einem der Regisseure Dietrich Brüggemann. Ich bin Filmemacher. Mein Beruf ist also das Erzählen von möglichst spannenden Geschichten. Oder auch das Covern von Songs gegen die Maskenpflicht. Steckt euch eure Maskenpflicht in den Arsch. Steckt euch eure Abstandsregeln in den Arsch. Fetter Track. Wie heftig die Reaktionen auf diese Kampagne waren, wie es jetzt um die gewünschte Diskussion steht und wie sich die Initiatoren und Jan-Josef Liefers für die Aktion rechtfertigen, jetzt. Hallo. Mein Name ist Dietrich Brüggemann und ich bin Schauspieler. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin Elektriker. Ich habe das Elektriker. Wuhuhu. Wuhu. Wuhu. Elektriker. Alles dicht machen. Das Motto meines Hirns, wenn ich deutsche Filmtrailer sehe. Mit der Aktion wollten Jan-Josef Liefers und Kollegen letzte Woche ja eine Diskussion über die Corona-Beschränkungen starten. Schauen wir doch mal, wie diese so läuft. Ein Vorwurf. Kritische Stimmen zu den Corona-Maßnahmen finden keinen Platz. Diesen Vorwurf kann allerdings Marietta Slomka nicht wirklich nachvollziehen. Sie finden Vertretung in den Parlamenten, bei Ministerpräsidentenrunden, in TV-Berichten, Talkshows und zahlreichen Publikationen. Ja, kritische Stimmen kann man überall lesen. Sogar bei Benjamin Blümchen auf Malle schützt sich vor dem Corona-Virus. Und Frau Slomka findet. All diese Diskussionen scheinen jedoch an 53 mehr oder weniger bekannten deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen irgendwie vorbeigegangen zu sein. Uh, mehr oder weniger bekannt. Macht sie da etwa Journalismus? Ja, und die, die mit den Folgen zu kämpfen haben, die haben sich auch zu Wort gemeldet. Medizinisches Fachpersonal. Die finden die Aktion der Schauspieler gar nicht so gut. Sie haben eine Grenze überschritten. Und zwar eine Schmerzgrenze. Und das sage ich jetzt für alle, die tagtäglich seit über einem Jahr in diesem Gesundheitssystem stehen, handeln, helfen, immer wieder aufstehen und immer noch da sind. Ja, mit solchen Reaktionen muss man wohl rechnen, wenn man jetzt als Schauspieler die Message in Ironie und Zynismus ertränkt. Denn bei Aktivismus, da hat Ironie doch noch, 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 noch nie geklappt. Oder wäre etwa so die Mauer gefallen? Viel Gegenwind für die Aktion also. Aber es gibt nicht nur Kritik. Armin Laschet zum Beispiel hat gesagt. Man muss diese Meinung vertreten können. Man muss auch in einer so angespannten Situation, in der das Land ist, in einem freien Land auch eine andere Stimme haben. Ja, da hat er recht. Vor allem, weil es nicht nur bei Kritik geblieben ist, sondern auch sowas hier kam. Morddrohungen gegen Merit Becker. Ja, Leute, das ist doch keine Diskussion mehr. Morddrohungen gehen gar nicht. Statt Diskussion drohen, beleidigen, angreifen. Das ist ja schlimm. Ich meine, wenn es auch so bei Anne Will wäre. Was ist los mit dir? Batsch, batsch. So versuche ich dir gleich deinen Arsch. Hör mal zu, du lächerliches Fickschnitzel. Halt mal deine dumme Fresse, ja? So einen kleinen Schwanz hast du. So klein ist der. Also mit so einem kleinen Pimmel würde ich mir nicht ankommen, so eine Scheiße reden. Ach, was soll das denn heißen? So klein ist er doch auch nicht. Okay, gut, vielleicht würde ich mir das dann doch auch anschauen wollen. Aber ist nicht gut, so zu diskutieren. Also, einige der Schauspielerinnen und Schauspieler haben in den letzten Tagen ihre Videos wieder runternehmen lassen. Merit Becker zum Beispiel. Von Anfangs 53 Videos waren heute Morgen nur noch 34 übrig. Inklusive der wieder neu hochgeladenen Videos in den Kanal. Erst löschen, dann wieder hochladen. Einer zeigt sich von dem heftigen Gegenwind allerdings wenig beeindruckt, Jan-Josef Liefers. Der zieht gerade von einem Interview zum nächsten und wirbt um Verständnis. Wir haben jetzt ein Jahr alles geduldig und mit viel Aufmerksamkeit auch mitgemacht und nun ist halt das dabei rausgekommen. Tja, gut, Schwamm drüber. Ähm, passiert? Liefers findet, Lockdown-kritische Meinungen kommen in Medien zu kurz. Mit Querdenkern will er aber nichts zu tun haben. Ein Moderator hat dabei Liefers nachgefragt. Nicht zu ahnen, dass solche Videos von Querdenkern missbraucht werden. Ist das nicht ein bisschen naiv? Na ja, schauen Sie. Jetzt sagen Sie naiv zu mir. Wissen Sie, wenn das letzte Mal jemand zu mir gesagt hat, sind Sie so naiv? Es war ein Mitglied des Zentralkomitees in der DDR an der Schauspielschule. Ja, also Kritik äußern ist Kunst, Kritik bekommen ist DDR. Wer ist er denn? Der Kuchen-TV der Boomer-Generation. Liefers sieht in den Videos keinen Angriff auf irgendwen. Es ist nicht gedacht gewesen, Staatsbürger unseres Landes zu veräppeln. Wir machen das doch selbst, wir sind doch selber welche. Rückendeckung bekommt Liefers von Mitstreitern. Zum Beispiel von einem der beteiligten Regisseure, Dietrich Brüggemann, hier zu sehen, wie er seit Stunden seine Krawatte sucht. Der lässt es allerdings ein bisschen anders klingen als Liefers im WDR. Die Videos verhöhnen nicht die Opfer der Corona-Pandemie und auch nicht das medizinische Personal, sondern euch. Und Publikumsbeschimpfung ist die erste Aufgabe der Kunst. Die Reaktion zeigt, es hat funktioniert. Ja, Publikumsbeschimpfung ist die erste Aufgabe der Kunst. Ja, hättet ihr das gedacht, ihr Wichser? Brüggemann gerät in dieser ganzen Geschichte immer mehr in den Fokus. Auch weil er in der Vergangenheit schon solche Songs veröffentlicht hat. Steckt euch eure Hygienmaßnahmen in den Arsch. Steckt euch eure PCR-Tests in den Arsch. Steckt euch euren Inzidenzwert in den Arsch. Steckt euch eure Kontaktnachverfolgung in den Arsch. Steckt euch euer Exponismus-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix. Ja, außerdem kritisiert er, dass am Thema vorbei debattiert wird. Wer Einzelne herauspickt und sie antrangen will, tut das nur, weil er die inhaltliche Auseinandersetzung scheut. Ja, welche Inhalte waren das nochmal? Steckt euch euer Klima-Virus in den Arsch. Oh, tja. Die Diskussion ist sehr emotional. Die Fronten sind verhärtet und da stehen halt Leute, die Todesfälle erlebt haben gegen Leute, denen die Existenzgrundlage wegbricht. Existenzgrundlage. Existenzgrundlage finde ich aber auch sehr lustig. Das sind Schweine, die dann in einem Laden sitzen und das betreiben. So, jetzt ist natürlich die Frage, Markus. In dieser Situation, du hast diese Fronten, die sind festgefahren. Aber eigentlich sollte man noch etwas Schönes finden, um da irgendwie herauszukommen. Was machen wir denn am schlauesten? Aha, auf zum Gericht. Das Gericht ist ja eigentlich so die neutrale Instanz, die dann mal schaut, ob da die Grundrechte der Bürger vielleicht zu viel beschnitten werden bei neuen Gesetzen. Und es gibt tatsächlich auch Klagen gegen dieses Infektionsschutzgesetz, Bundesnotbremse, wie man auch immer es nennen möchte. Das existiert. Ja, und glaube ich nicht nur AfD, sondern du hast dann SPD, einen Abgeordneten, FDP, Grüne, also durch die Bank. Ich fand tatsächlich am schönsten, dass Jan-Josef Liefers heute in der Zeit endlich mal wieder ein paar versöhnliche Worte angestimmt hat. Oh nein, was hat er gesagt? Also Freude, was hat er gesagt? Der meinte, ich will die Form dieser Kampagne gar nicht zu verbissen verteidigen. Mir ist total klar, dass man sie vollkommen daneben finden kann. Aber eins lässt sich nicht von der Hand weisen, irgendeinen neuralgischen Punkt haben wir berührt. Und dieses aufeinander zugehen, wenn auch stolzes aufeinander zugehen, tut uns doch allen sehr gut. Das ist doch sehr spannend. Und deswegen ist auch die Frage, was meint ihr? Ist diese Diskussion zu retten? Oder gehört sie? Hallo, ich möchte, dass ihr jetzt auf diesen Abo-Button zugeht und da drauf drückt. Weil bei uns gibt es jede Woche drei neue coole Videos auf unserem Kanal. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann klickt doch da drauf. Und dann klickt ihr da drauf, dass nämlich MrWissen2Go, der redet darüber, über Corona und wo unsere Politiker versagen. Das ist Mircos Meinung.